Auuuu! Auuuu! Du Fassager, du! Wow! Wemme ich? Dein Freund? Ich denke mal. Der verarscht mich total. Fangen wir links, geradeaus? Du verarschst mich doch, ey! Soll ich hier ein? Ich fange geradeaus. Ich schicke mich total runter hier. Sag mal hier. Du nimmst mir alles weg hier. Ich mach anal rein, durch. Die Rosette. Links. Und wer ist hier mehr als 15 oder 17 hoch? Gell? Du weißt genau hier, vorbei. 15 pro Person wollte er abzucker. Ja, natürlich. 17 auch gerade schon, Alter, weiß genau. Wenn's fertig ist, ich geh einfach. Du, schöner SV! Ja, sag mal. Was hast du im Schrank, oder was hier? Der fährt. Ja, der vielleicht, aber du nicht, oder? Nee, Alter, bitte! Verarscht mich mit dir! Boah! Aber aussteigen willst du hier. Habt ihr ja keinen Freundinnen? Boah, hör auf, ey. Blauen Kind. Seid ihr nicht in dem Musikpark heute? Nee, wir sind schwul. Wir lieben alles nur Männer. Es ist nur Türkei und Araber. Nee. Oh, natürlich. Nicht deutsch hier. Alles deutsch, alles scheiße. Nicht deutsch, gut. Wir sind, ähm, multikulturell angelegt. So ist es, muss so sein. Ja. Alle Menschen sind hier überall. Gleich und scheiße und so. Und scheiße und so. Und wehe. Und wehe, gell? Ey, der hat uns überholt. Bitte wär doch Saga hier, du. Und wehe, das Takti, gell, das Geld. Du weißt genau. Dann geh ich so raus. Verarscht mich nicht mit dir hier. Hier ist gerade alles drin. Du kannst deine Oma verarschen, ja. Aber nicht mich, also bitte. Geradeaus noch? Geradeaus, immer geradeaus. Bis zum Krieg. Geben ein bisschen Gas jetzt hier. Aber ohne Wind. Mach ein bisschen Schaltung da oben aus, ja. Verarscht mich der Fall hier. 15 Euro ist echt los, ja, natürlich. 15 Euro hast du gesagt, willst du? Und fertig. Und merk ich's auch nicht. Kannst du keine Polizei rufen, ja? Ja, ich will, ich will. Die Polizei, die jagt dich dann irgendwie. Was sagst du? Es ist falsch, dass der Taxifahrer verarscht, oder? Ja. Du willst uns verarschen für dich, oder? Wir sind Mannheim. Ja. Mannheim ist blau und schwarz, ey. 15 Euro pro Person. Und was haben wir 15 Euro am Ende? Nein, 15 Euro freiwillig. Freiwillig 15 Euro. Ja. Ja. Slowplay eingestellt. Jawoll, jawoll. Jawoll, jawoll. Krieg's schon noch Bier bei uns. Späht mir den Keller ein, Natascha Kampusch. Previval. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre in den Keller. Natascha Kampusch. Wo in Ternamu oder wie der heißt? Zehn Jahre in den Keller mit dir. Taxifahrer Kampusch. Kampusch. Wo jetzt? Noch gerade? Ja, ja. Bauer ist da. Gibt kein Trinkgeld für dich. Wo ist der Bauer? Wollen wir jetzt wirklich links oder irgendwo? Nee, fahr weiter. Warte mal ab, ich zeig dir schon, wenn wir links müssen. Den Bauer machen wir dir ins Auto, wenn wir aussteigen. Jetzt links, da. Da links, da musst du links. Der kennt dich auch. Ja, natürlich, ich wohne ja auch hier. Kommt Pachter, Marmutter. Gibt's um Gas, das ist egal, ist eh nur ein Schrottauto. Siehst du keinen? Willst grad aus hier, gibt's Müllstoff jetzt hier, Bruder. Ah, ja. Lass laufen jetzt hier. Füller, 16,80 Euro. Bin ich schon verarscht. Es kann aus, immer gerade aus. Aber das Geld, was du da oben stehst, das ist schon nicht im Leben. Viel zu langsam hier. Langsam, aber sicher. Ja, das bringt bei mir nichts hier. Viel zu, nee, das sicher ist. Sicher und schnell. Das ist wichtig. Hey! Geradeaus, geradeaus, immer geradeaus. Hier, da vorne geradeaus. Da vorne durch die Gasse tust. Geradeaus, geradeaus. Lass doch ein bisschen laufen jetzt hier. Gibt ein bisschen Stoff jetzt hier. Nicht bei den Rentner, oder? Ja, ist es. Also, lass laufen hier, Bruder. Und, aber die 17-Jährigen, ja, krieg ich nicht im Leben. Geradeaus. Da vorne, am Eck, rechts, kannst du mich rauslassen. Kannst du doch so lange im Kreis fahren, bis du deine 15 Euro pro Person gerechtfertigt hast. Ja, wir gehen. Tschüss, wir gehen.